Hallo, ich bin Carsten in Erkrad und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Musik Hallo nochmal, ich bin mal wieder auf dem Neanderlandschweig unterwegs. Für mich ist es die sechste Etappe und zwar geht es heute von Erkrad nach Hilden. Auf jeden Fall haben wir heute richtig schönes Wanderwetter. Musik 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 Also, ich habe schon seit ein paar Kilometern hier ständig lauter währenden Verkehrslärm. Die Etappe ist auch schön, einsam und idyllisch angefangen, aber jetzt laufe ich schon wieder neben irgendeiner Autobahn her. Du kannst jetzt gerade nicht erkennen, welche es ist. Das ist auf jeden Fall hier auf der Etappe einiges los. Also das wird jetzt wohl auch wieder eine Etappe zum Abhaken sein, weil hier ist so viel los. Es ist fast nicht möglich, hier mal in Ruhe die Kamera rauszuholen und was in Ruhe zu filmen. Ständig kommen von vorne Jogger oder Radfahrer und rasenförmlich an einem vorbei. Bis zum nächsten Mal. 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 Es ist der letzte Abschnitt der Etappe. ist eigentlich wieder ganz schön. Es sind auch nicht mehr ganz so viele Leute unterwegs. Ich habe es jetzt nicht mehr allzu weit bis zum Auto. Ich muss sagen, ja, es ist schon schade, wenn da so viel los ist unterwegs. Ich meine, dass man nicht allein ist auf der Welt, ist ja ganz klar, aber es waren schon städtische Verhältnisse, kann man sagen. Nun gut, ich hatte trotzdem meinen Spaß heute und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.